Zinedine Zidane hat sich rund dreieinhalb Monate nach seinem Rücktritt als Trainer von Real Madrid zurückgemeldet und sein Comeback angekündigt. Ich werde mit Sicherheit recht zeitnah wieder trainieren, weil es das ist, was mir gefällt und was ich kann, sagte der 46-Jährige dem spanischen Fernsehsender TVE. Zinedine war Ende Mai nach dem dritten Champions League-Titel mit Real überraschend zurückgetreten. Zuletzt wurde der Franzose mit Manchester United in Verbindung gebracht. Teammanager José Mourinho ist beim englischen Rekordmeister nicht unumstritten. Teammanager Untertitelung des ZDF, 2020